So, heute fliege ich den mal mit 7,4 Volt und 1500mA. Also ein 2S Akku. Beim letzten mal 850mA Akku drin. War sehr leicht, war aber auch schnell leer. Also eigentlich würde ich schon einen Testflug machen. Soll ich den? Soll ich den? Nein, das ist kein Blut. Oh mein Gott, mein Gott. Was ist denn, was du heute hast? Das ist meine, alles war die Barstunde. Untertitelung. BR 2018 Wir sind nass geworden. Die haben jetzt mal die paar Minuten genutzt, muss es mal nicht regnen. Ich wollte euch die Schwestern kriegen, aber es macht nicht so ganz geklappt. Das habe ich jetzt mal nachgeholt. Die Aluronen, die ich noch verbaut habe, sind zur Belüftung der Elektrobauteile, bei denen die Verbrauchung sogar nicht verhalten wird. Die Klappe ist befestigt hier mit einem Trädchen. Wenn ich das Trädchen abnehme, kann man sehen, dass es alles hat. Ich schließe gerade noch mal aufklappen. Alles schön schön. Alles gut. Ja.